Hä? Warum bist du rausgegangen? Ich bin da rausgegangen. Du bist bei mir aus der Lobby geflogen. Och nein, jetzt schon wieder. Ah ja, das steht in einer Partie, wofür der Scheiß? Ich lade dich mal ein. Ich hab's mir noch bereit geglückt. Und hier steht noch links unten, Gruppe verlassen oder nicht? Dann geh mal, bist du in der Lobby drin? Ah ja. Ja, mit anderen? Nee. Das ist doch auch... Jetzt bin ich aus. Lass nur noch alle verstehen, was das soll. Ja, vor allem, es macht keinen Sinn. Guck mal, ich drück hier auf Gruppe beitreten. Ja, warte, warte. Steht bei mir jetzt auch. Du bist beigetreten. Ich warte jetzt mal. Meistens sauer das ja im Moment. Ähm, ich lade dich nochmal ein. Ich kann dich nicht einladen. Wenn ich zurückgehe. Ich bin mal raus. Ach ja. Ja. So. Spiel als Überlebender. Ich lade dich nochmal ein. Bekannte Fehler ist aufgedreht. Was ist denn bei denen los aktuell? Ich schlüpfe das Spiel nochmal und mach nochmal neu. Ja, mach ich auch. Sicher, sicher. Ach ja. Ja, es kann ja sein, dass du nach jeder dritte, vierte Runde neu starten musst. Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Synchronisation. Ja, kommt schon. Da kommt definitiv ein Ticket. Schreib's ne E-Mail. So geht's. Die sollen uns die verbrauchte Zeit für Spiel starten, erneute starten, zurückzahlen. Genau. Das machen wir. Das müssen so uns in einer Million Blutpunkte zurückzahlen. Oh. Dann gibt's aber ne extra Folge. Die Blutpunkten verbrasser. Du, ne Millionen Blutpunkte hast du schnell weg, wie gesagt. Stimmt. Wart mal. Warten die das nicht erhöht? Das Limit von einer Million Blutpunkte. Wart mal, da muss ich gleich mal gucken. Ich hab sowas im Kopf, dass die das überlegt hatten oder irgendwo angekündigt hatten. Aber ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt einbilde oder ob das wirklich der Fall ist. Mal gleich sehen. Du bist noch nicht hinlegen. Öh, eine Million Blutpunkte. Du magst mal. Du bist schon drin? Ja du bist schon drin. Also willkommen? Jetzt? Ja. Gerade eben. Ist beigetreten. Geben geht's? Ja, warte, wenn's ein... Jaaaa... Jaaaa... Gott sei Dank. Aber warum kommt die so spät? Ja, keine Ahnung. Das kann halt dann vielleicht echt am Internet liegen oder so. Das ist nicht. Ob Gott, ich hab... So, Killer blenden, wenn da jemanden trägt. Ich hoffe, das krieg ich hin. Ich glaube, ich muss es aber nur einmal in der... ...ding schaffen. Na jaaaa, schaffst du locker. Easy. Hm. So einfach ist das leider nicht. Okay, gleich mal überlebenden. Ja, genau, der freut sich schon. Ja, das ist gleich mal hier ready. So, auf jeden Fall nur noch... Chico. Seven Up. Abwart. Weißt... Meinst du, die hat sich Seven Up genannt, weil ihre Haare so grün sind? Oder sind ihre Haare erst, nachdem sie sich so genannt hat, grün gefärbt? Ich glaube, letzteres. Ah. Jetzt hat sie gehört. Weder noch. Hahaha. Jetzt hat sie gehört. Vielleicht. Hm, nice. Ah, der Fallensteller. Ah, gut zu wissen. Nein, war ein Spaß. Jetzt echt? Ja, es war ein Spaß. Ach, Alter. Macht sowas aber keinen Spaß. Wenn es jetzt nachher echter Fallensteller ist, dann glaube ich dir nicht, dass du jetzt gesagt hast, dass es einen Spaß gemacht hat, ne? Die Chance steht eins zu. Ich habe keine Ahnung, wie viele Killer es gibt. Also ich sage mal 25. Ich weiß das nicht. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren. Da könntest du auch so ein Quiz raus machen. Nennen sie alle Killer, die es in Dead by Daylight gibt. Stand August 22. Da bin ich froh, wenn ich drei aufgezählt bekomme. Du kriegst doch mehr als drei Killer aufgezählt. Allein gegen wie viel wir jetzt schon gespielt haben. Hey, Ormond. Das ist cool. Das ist hell. Ah, guck mal da. Perfekt. Guck mal da. Nope. Alter, ein Pfingster. Ich muss mal ein bisschen Pause aufpassen. Was hat man denn lange nicht mehr? Nein, die Meyers hatten wir lange nicht mehr. Das ist die Jägerin, glaube ich, oder? Da kriege ich mir das jetzt gerade ein, dass ich das höre. Ich kann ja gerade gar nichts sehen. Außer diese Geräusche von... Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Das kann doch sehr gut sein. Ja, aber die Katze geht an. Jetzt ist sie wieder aus. Ne. Oh nein. Das ist der Dude mit den vielen Messern, glaube ich. Was war das denn? Alter, was war das denn? Das wäre jetzt irgendwie komisch. Das war ein sehr komischer Fähigkeitscheck. Ah. Vielleicht hat sich das gerade eh geklärt. Ich lasse mal, äh, der... Komm, wir können zurück an den Generator, falls du noch da bist. Ja. Das ist besser dahinter. Aber, den hatten wir schon verfolgt. Ja. Okay. Noch 5% vielleicht. Ich glaube, es ist der Dude mit den ganzen Messern. Der Trickster. Heißt der Trickster? Ne. Wie heißt denn der? Der... Egal. Trickster war irgendwie so ein anderer Dude. Ja, ja doch. Das ist der mit den vielen Messern. Au. Nein, der wurde vom anderen Mail geblendet. Du Penner. Den wollte ich blenden. Den wollte doch ich blenden. Das sei anders. Hm? Achso. Ja. Ich hab kurz einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, was du gemeint hattest. Aber ja. Scheint so. Diese Fähigkeitschecks immer, ey. Nein. Wir rennen einem Maid hinterher. Ja, fährt ihn auch. Dann... Ah, meiner ist bei einem Drittel. Nein. Jetzt hat er dieses komische Teil wieder um. Ja, ja. Das gibt's immer auf einem bestimmten Level. Aber das hebt... Keine Ahnung. Ein paar Sekunden, dann ist das wieder weg. Ja. Alle Fähigkeitscheck gehen und machen, das ist wild. Ja. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja. Ja. So, jetzt. Jetzt weiter hier. Ach, du Penner. Werd doch einfach geblendet. Ich kann da sowas noch nicht. Du, die abhauen, weil die jetzt gleich hängt. Ja. Oh. Ja. Kannst du sie holen? Ne, ich bin verletzt. Ich hol die grad erstmal nicht. Ich heim mich jetzt erstmal. Vielleicht hätte ich doch einen breiteren Lichtschall nehmen sollen, dann hast du höhere Treffquote. Na ja, klar. Na ja, klar. Natürlich. Nein, nicht down gehen, Dennis. Ich versuche dich zu retten. Einer, die hier aufhebt. So bei dir? Naja, Kölner, ich sehe ihn zumindest nicht. Moin. Ich glaube, jetzt kommt jemand anderem rum. Tut mir leid. Alles gut. Eigensicherung geht vor. Ja, ich habe mich ja trotzdem gesehen. Achtung, der wirft gleich diese Messer. Naja, ich finde, das wäre eine Prozedere leider. Nein, ach. Ich finde das so ein Schmerz. Naja, was? Was? Hat er dich fallen lassen? Naja. Jetzt trägt er mich auf. Sag es mal so, er hat mich nie aufgehoben. So. Ja, er weiß ja, das ist ja dein Killer. Mit ganz vielen Sachen nach einem werfen kann jeder. Ja. Ich weiß, bei der Jägerin muss du wenigstens noch ziehen können. Genau. Bei dem. Draufhalten und hoffen, dass du triffst. Wie ist es? Wie ist es? Oh, nix. Wir fahrt hier. Wow. Okay, gut zu wissen. Ich habe gerade gesehen, da ist ein Totem mit wahrscheinlich Kreis der Heilung. Ist das Kreis der Heilung? Ja, genau. Wow. Hab ich das vorher gesehen. Du siehst da das eine leuchtende Totem in einem Eck der Map. Ja. Oh je. Da kannst du dich ohne Medikit relativ zügig heilen. Also, nur falls du es brauchen solltest. Ah ja, klar. Warum eigentlich immer bei mir? Ich bin nicht rechtzeitig bei dir. Das schaffst du mal gleich jetzt. Scheiße. Wollen wir mich dann? Alter, ist der Fähigkeitscheck Kacke. Ich geh dich holen. Auf dem Medrafters lass ich zu dir rennen. Ja, kommt aber noch einer. Nein. Ja, meiner. Ja, toll. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt zu zweit. Das machen wir schnell. Ja, kommt. Ach. Herzlich geht an. Siehst du mal, der hittet halt gar nichts. Der schmeißt einfach und hofft, dass er trifft. Das ist lächerlich, dass ich sowas Killer schimpfen darf. Ja. Noch mal den nächsten Generator right here. Gut. Oh, der war ja auch hier grad irgendwo. Ja, ich guck grad, dass ich irgendwie bisschen auf die andere Seite komme. Ah, beim Ausgang. Du bist auch am Generator. Mhm. Ja, mach ich den doch schnell. Ah, da bist du ja. Moin. Moin. Ich muss die Taschlampe ein bisschen anders ausstellen. Scheiße. Mach du, mach du weiter. Der letzte Dings, das ist sauschwer. Das kommen immer mehr. Es kommen nicht nur zwei. Da kommen, bis du fertig bist, glaub ich, die Fähigkeitschecks. Scheiße, die ist tot. Das hab ich eventuell vergessen. Oder übersehen. Einer lebt noch, ne? Außer uns zwei. Ja. Gut, wenn ich jetzt noch einmal hänge, ist eh vorbei. Ja, wie war jetzt der Generator? Ganz beim Ausgang. Ja. Wie weit? Achso. Ich weiß, wo der ist. Da war ich doch auch gerade dran. Oh. Nice. Hast du das gesehen? Wow. Der Ausgang ist ein blockiert erst mal. Achso, denn der Scheiß jetzt? Ja. Das ist auch irgendein Perk. Oh nein, der Med wird verletzt. Okay. Unsere Mission ist, die Ausgänge, wenn es machbar ist, nicht ganz aufzumachen und den Med retten. Wenn er fällt. Okay. Ich hätte so einen anderen Ausgang mal. Ja, und wie lange hält das an hier mit dem Ausgang? Hm, nicht so lange, ich glaube 30 Sekunden oder so. Ja, ist schon wieder weg. Boah. Boah. Machst du eine... Bist du dann im Ausgang? Ja. Okay, mach den Weißchen. Weißchen. Da steht da halt. Ja, das muss doch nicht sein, ey. Okay. Oh, verstehe ich auch nicht. Wie war das an Ausgang? Ja, ich kann ihn aufmachen, wenn du möchtest. Okay. Ja, ne, mach noch nicht auf. Wird versucht abzuhauen. Ja, das ist halt, wenn der Killer da kämpft, weißt du. Scheiße. Sollen wir jetzt zusammen hin ran? Hm, ne, der sieht mich ja. Aber... Ja, fuck it. Komm zu mir, dann gehen wir. Retten können wir eh nicht. Ja, komm, mach das Ding auf, ja mal ab. Warte. Jetzt. Ja. Ja. Unnärnhafter Killer. Er wird halt gleich zu uns laufen. Ja. Wollen wir gerne ab. Ja. Ey, Mann. Guck mal, diese Camper. Kann einfach dazu stehen, dass man es nicht hinkriegt, alle zu holen. Ja. Aber nein. Nein. Boi. Haha. Oh, mein Camper. Erst mal Capstalk, ja. Ganz einfach. Haha. Ganz einfach. Und weiter. Und gar nicht erst gucken, ob er irgendwas antwortet. Ist mir egal. Genau. ich lasse mich jetzt auch nicht auf eine diskussion mit dem dude ein das muss sein okay ich wollte die taschenlampe ein bisschen ändern und zwar ich habe die reichweite erhöht aber die breite auch wie eigentlich eine größere breite weite den lichtstrahl das ist doch besser die helligkeit gerne helligkeit und dauer der erblindung verringert die reichweite aber weite den lichtstrahl kann ich noch den du weiterleveln schlüssel machst du da noch irgendwelche sachen drauf kann so ein bisschen lauter reden du bist sehr leise gerade verringert deine chance und ziel der besessenheit des kielers die aufer des kielers anderen umkreis von 32 Metern befindest erhüllt den verbrauch von schlüsselenergie um 100% ja das hört sich doch vernünftig an nur dann kann man was anfangen also falls ich den schlüssel verliert du weißt bescheid bei mir gibt es einen schlüssel ja kriegst du damit auch dunkle schlüssel auf steht es da dabei sehe ich ja gleich noch ist es ja nicht so spät ne ja welchen schlüssel hast du kann verbraucht werden um schwarze schlösser zu öffnen den roten schwarze ja nein welchen schlüssel hast du matta schlüssel ok den habe ich nicht ja dann aber dann wird da verbraucht das heißt du darfst du nicht leer machen weil sonst funktioniert wahrscheinlich nicht mehr sekunden nutzungsdauer ok dann lasst fünf sekunden drauf dann kriegst du schloss damit hoffentlich noch auf wer belassen wenn dann die zeit nicht reicht im schloss zu öffnen das stimmt das kann ja für die luke benutzen dann ja exakt also da wird noch 60 schlüssel das wäre das wäre cool das hätte ich bei dem dude bei der feule gebraucht vorhin oder die luke ins hinzugemacht hat dann hätte es das geschaffen ja ist irgendwie hat immer jemand dieses blutpunkte dings dabei oder bist du das ja das bin ich was weiß jeder runde gewesen ich habe das mit dem glück ich weiß schon gar nicht mehr was ich ausgewählt habe einmal angeklickt unvergessen naja die backwater das mag ich die map finde ich cool die fühle ich echt kann man sich meistens relativ gut verstecken da ist auch los ja aber wir sind schon wieder alle auf einem flechner die sind wir nicht auch nicht schon jeder die immer woanders sind nicht schon wieder die ich bin eine pflanze die kommt meine richtung ja 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 der eine maid wird verfolgt er rennt gerade in meine richtung ach ne der rennt direkt zu mir die die ist keine ahnung 10 meter von mir entfernt nein jetzt rennt er zu mir hey na nein rennt doch weg rennt doch weg was denn hä der killer rennt mir hinterher übrigens gell also ist er ja gar nicht bei dem oder was nein der tut schon längst safe wieder aber der killer rennen wir noch hinterher glaube ich das war immer noch in meiner nähe gerade okay killer ist nicht mehr bei mir ja er ist jetzt bei mir er hat aber einen anderen erhauen ja ich hab mich im schrank versteckt nice ich hab hier in dieser belastig boxe scheiße mann ich wollte doch einen killer blenden aber ich bin verletzt ich will den killer nicht blenden wenn ich verletzt bin dann haut er mich einmal an und dann ist fertig was ist denn du ich bin ganz hinten im weg da wo wir gesponsert sind also fast direkt um gottes will er direkt da wo ihr hängt ja die stadt rüber bei dem anderen mail ja 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 ich hab gedacht grad hä wo ist denn die der generator ist relativ weit zumindest war es vorne mal ja auf die boote auf die sich mal hat hier die sich halb Oder sie rennt mir hinterher. Alles klar, ich versuche mal wegzurennen von dem Dude. Ah, da kann ich den Dude holen. Ja, ja. Boah, die ist... ja, die ist drückend. Ach, das komische Tuss hier, ey, ganz ehrlich. Ich mag die nicht. Ich weiß noch, wer das gemerkt hat. Und ich hänge. Die kommt zu euch. Oh nein. Boah, ich saß richtig schlecht da. Ich leist genau auf sie zu. Erst mal in den Schrank gehen. Das hat sie gesehen. Ja, wow. Ja, doch, kann man nachvollziehen, warum der so heißt. Das hat schon Konterbeer am Start. Ach, du leck mich doch, ey. Hahaha. Natürlich ist sie jetzt gleich da, ne? Das ist so halber. Bis jetzt leuchtet die Karte noch nicht. Die ist auf dem Schiff oben draus. Oh nein. Hör auf mit dem Scheiß. Danke. Hör auf mit dem Schiff. Hör auf mit dem Schiff. Ihr verfolgt jemand laut. Ja, er folgt jemand. Ja, gut. Dann ist es die eine, die verletzt ist, die verfolgt wird. Wenn du in Sicherheit bist, der Mädels ist bei mir. Ja, ich mach dann den Generator. Ja, wir auch. Wir haben den Unauffälligen gemacht. Na klar. Na klar. Auch nicht schon wieder. Grabe Viecher, die gehen mir echt auf das Sack. Ach, nachvollziehbar. Oh Mann. Lager bei mir in der Nähe. Die ist in der Mitte beim Schiff. Oh. Oh ja. Oh Mann. Haben wir da Brüllen gehört? Ja, die liegt oben auf dem Schiff, die eine. Hier haben wir wieder einen Generator. Boah, geil. Ich hatte grad so Luck. Die ist bei mir in der Nähe. Die rennen mehr in der Herr. Jetzt ist sie bei mir. Was? Okay. Ich dachte, die wird mehr in der Herr rein. Und anscheinend dann nicht. Es wird geholt. Ach. Du saß da hinten im Eck. Cool. Ich saß da fast auf der gleichen Höhe beim anderen Generator. Warte mal, ich versuche es mal abzulenken. Vielleicht funktioniert das ja. Na ja. Ja, da ist direkt ein Haken. Ja, klar. Scheiße. Saaschen von Papierrand immer zu den Haken. Ja. Hey, na? Ja. Ja. Bändet das dich eigentlich? Cool, deine, deine Brille leuchtet voll. Ja, ich hab's gesehen. Ja. 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 Ja, wo du vorne hängst. Ah ja, der. Ja klar, da hängt ja auch kein Haken mehr dran. Da müsste er sein. Nice. Oh. Pass auf. Ah, so weit guckt die nicht. Aha. Scheiße, die ist jetzt tot. Warte, man sieht ja, wo der Killer ist. Alter, ist der Schlüssel schon aufgebrochen. Er ist schon bei der Hälfte. Ja. Ja, siehst du, wie sie die Dinger ausrichtet. Ja, das liegt ja nicht so gut. Schiss ich dich nicht. Schlag doch anders hin, du Olle. Du Olle, schieb deine Krähen deinen Arsch. Mann. Ich mag die nicht. Kriegst du mich nicht mehr auf den scheiß Haken gehängt oder was? Ich mag dich nicht. Achso, aber kann ich. Oh, oh, oh. Ja, oh mein Gott, weg hier. Nix mehr weg. Ich muss fragen, wie weit ich damit komme. Sie kommt, sie kommt. Ah, ich hatte den anderen. Ich brenne bei dem anderen hinterher. Und nächst mich fort. Du, dann müsste aber eigentlich auch noch irgendwo ein Kid rumliegen. Ja, wenn das nicht schon ein paar Mal verbraucht wurde, also. Ja, Armour Mate. So, hier wird sie ja hoffentlich nicht ihre scheiß Krähen hinschicken. Ja, sag das nicht. Ich hock als auch immer am Rand und da ist es auch schon. Ja, aber die richtet die meistens Richtung Generatoren aus. Ah, ist ja der Mate gespottet. Das Ding ist, wenn ich mich jetzt geheilt bekomme, wir dann die Luke finden, sie die zu macht, dann ist sie ja konfident, dass da keiner abhauen kann. Dann mache ich die Luke auf. Na, hau ab. Der ist so rot. Was? Der hat so rote Striche da am Baum. Achso, der sieht wahrscheinlich seinen eigenen Kratzspuren. Die rote Striche sind ja die Kratzspuren, die der Killer ist, wenn du weg rennst. Ja. Ja, wahrscheinlich hat dein Perk, dass er die selber sieht. Du siehst ja immer die Fähigkeiten der Leute, bei denen so zuguckst. Aber der hält sich auch schon wieder. Ja, aber mittendrin. Was, mittendrin? Ja, vor ihr. Ich mag die jetzt, spiele die jetzt zusammen oder was? Ja, die spiele zusammen jetzt so. Einsatz? Ja. Warum machen die Killer das eigentlich immer erst? Ja, siehst du, die schickt die immer genau hier aus. Die weiß, wo sie die hinlenkt. Ja gut, er repariert jetzt so'n Ding. Ja, gut, mach ich doch noch jetzt auch. Wenn sie mich töten will, von mir aus. Wenn mein Mate überleben darf nicht, nicht. Weil, weil die da sagt, dann... Ja, ist halt so. Wahrscheinlich ne Krähen zur Sicht gleich. Oh ne, der Mate kriegt die Krähen ins Gesicht. Aber der macht ja jetzt. Irgendwie versteh ich die Killer nicht. Am Anfang wollen sie nicht alle handen, es umgeht nicht mehr. Und auf einmal fällt ihnen dann ein, ach, Blutpunkte sind doch schon was schönes. Ja. Wo das Spiel hier inzwischen so eigentlich gemacht wurde, da... Ja, da kommen sie. Ha! Schön. Äh, das... Mal gucken, ob sie dich auch lässt. Boah. Mal merklich sehen. Das wird mich mal interessieren. Die kommt mal. Also... Vielleicht muss uns auch noch grad einen Generator machen. Hilfen uns dann, oder so. Habe ich auch schon mal gemacht. Wenn es für die Leute eigentlich mies lief, aber einer sich eigentlich schon angestrengt hatte, oder so. Keine Ahnung. Die Krähen wollen aber auch nicht weg, ne? Nein. Und die Katze ist komplett im roten Ausschlag. Also... Also... Ähm... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oder Ausschlag klingt, als wenn es eine Haut drin hat. Aber jetzt kann man die mal ein bisschen angucken, ne? Die hat richtig schöne Füße. Hahaha. Hahaha. Deine Scheiß Krähen kotzt mich an. Das ist ja schon Paranoia da draußen, wenn da draußen Krähen fliegen. Alter. Hahaha. Dann fängt es auf einmal an zu rennen. Hahaha. Oha... Ja. Er hat uns jetzt alles auch machen lassen. hat mich doch mein kleister aufmachen ihr wisst wahrscheinlich noch ein paar schläge mitnehmen und mit so ein bisschen blutpunkte noch mal kriegt das tor aufgewählte kieler die jankung nein du kriegst mich niemals niemals lebend du kriegst mich niemals lebend ich will doch eigentlich ein schlüssel nutzen hier passieren die komischsten dinge wir kommen und sammeln einen neuen gegenstand am tages herausragung geschafft das ist ja und das gab halt richtig gut ach du scheiße durch die tägliche herausfordern ich habe es gerade 65.000 blutpunkte so bekommen durch die tägliche herausforderung noch mal aber kann man sich da lassen kommen wenn die uns schon überleben gewinnen lässt ach ja siehst du mal denis hättest länger überlebt hätten wir das glück gehabt also wir beide zusammen ja das weiß man aber nie vorher ne ne leide nicht